ARD Text im Auftrag von Funk ja machen einfach immer genau das Gleiche muss eben da ein Wohin und so oder einfach nach unten oder ja also äh ich jetzt sehe ich jetzt einfach mal deutsch gute Nacht für jeden Entschuldigung für mein schlechtes Englisch ich bin Prasiano mein Name ist Lukas ich habe Englisch benutzt weil es die meistgesprochenen Sprache in der Welt es ist noch gut vernehmen dieses Spiel wurde mit dem Entebrenz auf der APG Meiko VX East irgendwas gemacht Eikern und es haben ja alles vorlesen Prozent er hat ich mir gemacht aber hat kein Geld für die Musik und das Geld und dieses Spiel ist kostenlos wenn man dafür gezahlt hat sondern es ist zurückgeladen und es wird nicht genau und das also dieses Spiel hat gruselige Momente in wenn man Herzprobleme und psychologische Probleme hat das Spiel schließen also ich bin immer noch hier dann lass es loslegen bin ich ein junger Mädchen bin ich ein junger Mädchen bin ich ein junger Mädchen und ich heiß äh ich heiß tag 1 welche richtung gehen das ist bis jetzt in bei dem haus drin ja jetzt haben wir gehen jetzt erst mal nach rechts wer bin ich und hier haben wir ein bad ja jeder wäsche kann man sich nicht machen das kommt später noch ich habe ein bisschen gespielt nicht weit also geben wir aus den baden gehen nach unten ja warte ich renne gerade schon eben unten das ist der motto jetzt in meinem motto ich lese auf englisch weil ich habe gar nichts zu übersetzen aber ist das vorliegen vorliegen zu haben die haus jetzt zu kommen in der haupten die neunstreich hier in der city dann let's go jetzt gehen wir zum neuen haus wenn es da ein geräusch oder mein immer noch vor laut ich habe es meine ich habe ein bisschen laut menschen ein paar stunden später ich bin auch schon im haus denn etwas langweil noch nicht im rest okay wir machen rechts gehen erwarte ich jetzt die mutterin bei der haus ist heute das ist auch nicht derzeit wird es schon bei der schweige und auch auf alle haus in den taten die schweige ich bin das ist schon mal gut das mit einem lichtschalter die ganze lichter am motor löschen das ist ein bisschen krippig ich bin das ist nicht ich bin aber ich bin Okay, ich würde sagen, wir gehen am Anfang rechts. Ja, warte ganz kurz. Was ist das denn für Bücher in unserem Zimmer? Ja. Ja, ich spreche. Warte, ich habe schon was, oder? Wo kommen wir zu speichern? Ich habe schon gespeichert. Ja, wo? Was? Wo? In irgendein, dann geht er rum in dein Zimmer. Und dann links bei dem Tisch, wo so eine Lampe drauf ist und drei Bücher, die dann einfach interagieren. Ah, da wollte ich falsch im Internet. Das geht bei mir nicht. Ach, ich drücke auch die ganze Zeit Tee. Stummkopf. Do you want to save your progress? Ja, vielleicht die Sprecher. In Fall 1. Geht's next. Sollen wir mal den Bildschirm da anmachen? Mal in der Sega-Konsole. Neben dem Stuhl links. Vielleicht ist da schon irgendein Jump-Scare oder so. Kann ich den anmachen. Anmachen? Kann man gar nicht. Doch. Einfach zum Sega-Ding hingehen. Das ist eine Konsole. Dann turn on. Ja. Was war da? Ja, mach einfach. Wir haben Jump-Scare. Nein, das ist kein Jump-Scare. Ach so, das. Wie komm ich weg hier? Keine Ahnung. Ihr kriegt jetzt nicht weg? Ich auch nicht. Ah, keep watching. Schau mal die Gruppen. Nein. Warte, bei mir ist das noch. Irgendwie das Ganze hier ist von Sonic.exe. Will ich hier machen, oder? Yes, or no? Ah, warte. Nichts gar nicht von der Green-Konsole. Das ist wirklich so. In einem neuen Sonic-Scare kann man pass auf der Stelle. Also komm mal, yes. Wir haben auch gemacht. Wahrscheinlich sind wir das gleiche. Nee, komm ich nicht. Ich hab einen Jump-Scare. Den mache ich doch mal. Es ist doch ganz leise. Die kann doch bitte noch so laut sein. Vielleicht war ich doch meins. Nee, das war meins. Keep watching. Okay, keep watching. Okay, keep watching. Das passiert ja nichts. Jetzt gehen wir mal noch ein Stock mal weit runter ins Bad. Mir ist das gerade die ganze Zeit immer noch. No. It's no. Maybe. Dann kann man ein, zweit runter ins Bad. Ja, bin ich. Und dann gehen wir mal in die Wäsche. Das habe ich mir vorher auch schon gemacht. Bis dahin. Ganz rechts oder beim Korb da? Bei dem Korb. Nein, nicht bei dem Korb. Nicht bei dem Korb. Äh. Neben den zwei Handtüchern. Ja, da. Bei der eine Hund. Hier fahrt das Auto. Smile Dog. Fender Creep hat das Smile Dog, die ich nicht kenne. Ich kenne aber das Bild. Ich kenne aber auch nicht. Die die Bessie bin ich nicht. Soll ich mal in die Mutter gehen? Äh, kann man was machen? Wie aus? Soll ich gehen? Da ich will? Da wir auch. Da wir kommen. Ich will mit der. Ne, kann gar nicht. Soll ich zu unserem Bett oder was? Was soll ich auch noch zu unserem Bett? Ja, gehen wir zu unserem Bett. Ah, noch nicht schlafen. Irgends falls, wie sie spielen. Guckt einmal die Beschreibung. Das hat das Spielwort. Können wir unterlagen. Kann man den PC eigentlich? Aber nein. Ne, kann man nicht. ich speichere noch mal und dann ich stehe vom Bett ja wie kann man das machen also die ganze Zeit um du kannst es nicht früh zum Schlafen ja gut dann guck mir weiter ins Haus dann geh mir jetzt weiter hoch ja okay warte ganz raus was ne nennst von den Zimmer aus einfach weiter hoch okay bin ich das nur ein Ding ein Bett das ne Kiste ich geh zu Kiste ja die kann man nicht öffnen, du bist auch gerade vor doch das kann man öffnen mit Z mir geht nicht bei mir mir gehts das sind Yu-Gi-Oh! Karten und alles drin warte mal wo bist du äh in den Raum wo ganz viele Kisten und so sind ja und wo welche Kisten ach die Kiste da oben 8 Ende so ein Typ ich gehe jetzt nicht mal so leer ja warte nein noch nicht ich bin mitkommen aber okay ich bin im Kausen, ich bin da draußen wenn wir es kein Yu-Gi-Oh! Karten drin ist irgendwas anderes drin vielleicht wollen wir uns weg er war beim ersten Mal mehr bei mir auch wünscht es da und fällt dann aber Yu-Gi-Oh! Karten okay ich gehe zu dem Mann wie kann man das Menü? Achter Item ich will mein Item wo Yu-Gi-Oh! Karten da kann man nicht oder? ja da sind das und Green Hill Bad Future hör mich jetzt nicht an hör mich jetzt nicht an wir haben mir jetzt bisschen verschnupft also mir kommt bis zu meinem Typ äh ja ich hände ich nach den eben mit dem ich stehe jetzt vor ihm ok ok 3 2 1 ein einmal los so ist das so was wird da nichts wissen das ist einmal nur Karten Medaillen ja also dann da unten links jetzt auf wo die große ja ja da war ich schon dran ich war vor dem linken Ausgang ganz links und dann waren das 2 2 2 3 weißt es nicht hat recht 8 8 8 8 8 8 8 8 ganz links aber das Spiel das ist der Bloody Mary Spiegel glaube ich oh cool Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary wir haben jetzt recht gegangen zum Piano aber spiel es lieber nicht ich weiß was da kommt einfach so ein Sound ich will spielen es wird aber nerven trotzdem denn Piano ist playing alone das Piano spielt für uns selber so er soll wieder runter bei der Treppe was für die Treppe achso die Leitung Leiter hier Leiter hier was hinter der Treppe sind wir runter ich bin da runter gegangen oder wieder hoch von unten schon der ist dunkel hier ich weiß wo der Schalter ist unten rechts das ist ein heiß Piano ok jetzt ich lass es auf ihn her machen ich habe jetzt hier den Beleghebel er hat den Hebel angemacht ich auch jetzt ist hell wow bisschen zu hell ich bin jetzt ganz links nach links gegangen sei es noch in der Leiter ja warte ganz kurz bin auch nix da oh jetzt bin ich noch ich bin auch nix da oh jetzt bin ich noch mal im Spiegel ja da kann man aber nix machen aber bis jetzt so nicht verzieht der aber noch nix oder nix jetzt nicht also ich gehe wieder hoch bin ich auch kurz bin oben ich gehe mit dem Weg nach rechts nach oben nach unten äh ich gehe mal rechts alle sind wir beim Klo also wie die hier geht immer nach links und dann nach oben ey nicht rum ich bin nach oben gegangen also das auch hier dann gehen wir zur Mutter oder ja dann gehen wir mal runter nicht zur Mutter ah dann runter gehen wir sind immer in den Startraum wir haben wir aber nein wir können noch gar nicht zum oder ich guck mal ja ja dann gehen wir mal wieder zum Startraum nach links ja ich komm vielleicht wer mich da und 3 ich bin nee da sind zwei Wassmaschinen nee nee ist das Spiel oder nicht was die Spülmaschine oder trockener kann weiter zahlen kann ich nichts machen ja dann gehen wir wieder oder ich werde dann auch raus gehen stimmt ich kann ja raus ja gehen wir mal raus ja ich bin auch draußen ich bin auch draußen ja ja da kann man nichts machen ja ok wir kommen jetzt schon nicht weiter ja Mutter sagt immer noch I'm really time vielleicht wir hätten schon den naja Jumpscare aber das war ich war heiß vielleicht können wir schlafen ja jetzt können wir ich geh ok ja ich kann nicht schlafen geht mal nochmal mit der Mutter ich kann jetzt schlafen gehen geh nur nicht ich kann jetzt schlafen gehen sonst kommt vielleicht Jeff the Killer und dann ist es doch passiert hey doch nicht lol hey doch nicht lol halt auch nicht schlafen nee hey was soll ich mir machen gehen wir nochmal schnell ins Bad im Bad wenn nicht vielleicht müssen wir in den Raum mit den ganzen Kisten sowas machen trifft man am Anfang nicht auch schon unten wo wir den Schalter aktiviert haben äh nicht auch schon der Killer was ich bin von der Art nicht auch schon Jeff und mein Hebel ja ich hab irgendeine Erinnerung daran ja ich glaube auch wenn man mal gucken wenn man mal gucken ja wie muss ich gucken halt ohne Licht zum Blei-Mail-Spiegel gehen und dann mal runter willst du es wirklich machen ist mir egal soll ja ich hatte ich habe den Himmel schon ausgemacht ich stehe vor der Leitung so ja ich gehe auch hab mir nicht ausgemacht warte sagt er wenn du vor der Leitung stehst bei der Linken mhm oh Gott wir sehen oder ich glaube hier haben wir auch gesehen da unten ist er zwischen den Betten ja ne hä das siehst du gar nicht oder doch jetzt sind wir noch beim Spiegel ne ich seh nicht mehr gehen wir runter ok auf 321 warte mal Mika sag mal ruhig ob das wirklich schafft dann können wir uns ja in der nächsten Pause ok und grüe war's oder wenn ich da nicht bis daheim tschüss es ist dass w w w Vielen Dank.